Herzlich Willkommen bei Leine ab und leben. Heute zeige ich euch eine Trainingseinheit aus meiner Hundetrainingsschule. Es gibt Hundehalter, die zu wenig Zeit oder Geduld haben, ihren Hund auszubilden. In der Hundetrainingsschule bilde ich den Hund aus. Nebst Grundsignale wird auch das Abortieren von Standard bis hoher Schule gelehrt. Der Grundstein ist für den Hundehalter gelegt, wo er nun die Trainings mit seinem Hund weiterführen und festigen muss. Viel Spass mit diesem Video. Ich sage bis auf ein weiteres. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017